Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben uns im letzten Part wieder das hier geschnappt, den ein bisschen vollgemacht und versuchen jetzt alles mal ein bisschen anders zu machen. Eine wichtige Forschung haben wir auf jeden Fall. Ich werde das jetzt nicht entwickeln, weil beim letzten Mal sind wir total durchgedreht, als wir das gemacht haben. Wir werden mal Arbeit irgendwo hinschicken und einfach mal gucken. So, die sind hinüber. Genau, zur Hütterzeit, macht nichts. Das da muss ich wahrscheinlich zerstören, oder? Ich weiß es nicht. Wären wir angegriffen, wenn das passiert? Wahrscheinlich ja, gehen wir hier runter. Hä? Wo ist er jetzt hin? Okay, nein. Das ist da lang. Das ist nicht durch meine Stadt durch. Ich werde angegriffen. Das ist ob Lutschitzas Steinbruch. Ohne ihn können unsere Feinde keine Türme mehr errichten. Ja gut, das ist nicht ganz so wichtig. Aber jetzt Türme errichten kann er nicht. So. Oben links müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Weil es nur Türme sind, ne? Irgendwas hieß es mit... Nein, wo geht's mit da? Okay, wo geht's nicht da lang? Hoffentlich kann zugreifen, du blöd Mann. So. Viel Spaß dabei. So. So, wir haben ein paar Reiter geschaffen. Wir müssen schneller machen, damit die gleiche durchreiten und wir die Gebäude da zerstören können. Wann wurde das denn angegriffen? Hä? Warum hat er das? Egal. So, Retterzeit, Retterzeit, Retterzeit. Okay. Wo ist der jetzt eigentlich? Ach, schade. Ja. Ja. Irgendwie ist da nichts mehr, oder? Nein. Okay, dann... Gehen wir da hin. So, reichen vier, da brauche ich mehr. Ja. Ja, auch für euch deine Leute. Das kannst du den ganzen Tag lang machen. Das interessiert mich nicht. Du kannst eigentlich mal zum Bug reiten. Schade. So, da könnte ich eigentlich auch nochmal ein paar reinschicken. Aber... Das lasse ich erstmal. So, die Faschung ist durch. Jawohl. Machen wir das nochmal. So, ihr seid Gruppe 007. Ähm... Was ist hier los? Das ist auch schon ein bisschen... ...komisch aus, oder? Aha. Hier ist noch ein Glick mehr. Oh, wie geil. Mönch. Ich brauch dich mal. Das ist ja geil. Ja, diese Mission ist wirklich komplett fürs Umgucken gedacht. Ja, doch, gedacht. So. Ja, die sind nicht so stark aktuell, aber... ...wat soll's. Können sie alles kaputt kriegen? Bin zufrieden. Okay, jetzt greifen die an. Können sie euch machen. Können sie mich hier in Ruhe lassen. Zack, 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 zack. So, hier sind irgendwelche Minen oder sowas hieß das, ne? Genau, Steinbruch. Aber hier ist eigentlich Kreuzfüller, aber... ...sie belügen wir uns einfach. Willkür aufgehoben. Sehr gut. So, dann... ...wir wieder zurück. ...da. So. So. Irgendwie das Gefühl, dass man kann mir in mein eigenes Gebäude zerstören. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... ...das wird so sein. Ich kann jetzt hin die Reichweite erhöhen. Das ist doch doof, so. So. Oh, sie hat Steine. Ja, bring mal zurück. Oh, shit. Jetzt kommen die auch noch an. Überhaupt mal ein Türmchen. Hier. Hier. Fangt die da ab. So, mach das auch nochmal kaputt Ich hoffe, dass das mit den Holzfällern Bist du blöd oder so? Warum fährt der denn jetzt dahin? Was machen die denn? Warum ist der da hingefahren? Warum machen die hier nichts? Ihr seid doch alle dumm Ihr seid einfach nur dumm So Ihr Stoppt euch die da So Mach das noch schnell weg Steine? Das war ein Holzfäller Ich weiß nicht, wie die auf Steine kommen Naja, okay Sollen sie halt machen So, mach das nochmal schnell kaputt Wir sind in Oh Mann, ey Ich weiß nicht, warum die aufgehört haben Ja, die kann ruhig angreifen Ist mir egal So Was habt ihr denn noch zu tun? Helft da mal Soll ich angreifen Ähm Manche können feindliche Gebäude Ähm Ja, warum nicht? Einmal alles davon machen Hundelshof Oh, shit Okay Kämpft aber wie ihr wollt Ihr seid eh tot Wo soll das jetzt mit dem Holz sein, angeblich? Du kannst mal hier hingehen Wie wär's? Kommt du da hin Vielleicht klau ich mir noch ein paar Schiffe Lohnt sich ja irgendwie immer Hallo? Proverieren? Achso, das brennt gar nicht Das ist Das fällt dahinter Ah Jetzt verstehe ich das erst Ähm Wer scheint noch Alter Bin nicht durch Ja, jetzt haben wir die größte Reichweite als ihr, ne? Blöd Äh Wodurch haben sie das denn jetzt kaputt gemacht? Oh, geil Ach, die haben Kanoniere Wieder unbesiegbar sind Ah Haben hier Angriff Ah, wir brauchen noch ein bisschen Auf die Kanoniere habe ich natürlich wieder nicht gearbeitet Sooo Sooo So, hier könnte man da hingehen. Bis auch nochmal nach da oben. So, ich bin schon mal hinüber. Was mache ich mit euch? Also die sagten ja irgendwas mit Holz, oder? Wir haben auch irgendwas anderes mich belogen. Ich steine die Steine ab, indem ich Holzlager zerstöre. Das? Das passt doch alles vor und finde ich nicht. Ey, das... Oh, der ist aber auch ein Saftsack. Ernsthaft. Komm hier, Team 1, fass mal an. Hier ist halt jetzt Team 2. Geht auch erstmal dahin. Braucht ein paar mehr davon. Ja. Wieso ist das Ding denn schon wieder so weit vorne? Ey, meine ganzen Einheiten sind doch behindert. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. So, Angreif. Kannst du mal hier hinten bleiben? So, die schießen, was das Zeug hält. Okay. Die auch. So, brauche ich jetzt eine neue Burg, oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Einfach das da hinstellen. So. So. Was wollen wir da hinten machen? Ah. Am besten gar nicht fragen. Adi, canceln. So, ähm. Oh, ein paar Häuser. So. Komm her. Come her. So. Auch wieder zurück. Gas down. So. Ich kann nicht mal aufhören, alle meine eigenen Gebäude zu zerstören. Boah, ist das nervig. So, ich muss mal zurück. Ich glaube, wer ist das? Ich weiß, dass ich angriffen werde. Meine Güte. Hab das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, warum ihr da noch seid. Nein, da oben. So, komm mal her. So. So. Sterbt. Alter Schwede. Warum hat er so viel Schaden? So. Jetzt kommen noch mal zwei weitere Mönche. Ja, was will er damit jetzt anfangen? Den ganzen Müll. Weißer ist jetzt alle Gruppe 1. Warum nicht? Zack. Nur mal weg. Nein. Ah, er ist so ein Trollo. Er ist einfach ein Trollo. So. Was hat er jetzt vor? Okay. Warum reparieren? Ich brauche echt nicht mehr Fragen. Warum sie irgendwas nicht tun? Sie tun es einfach nur nicht. So. So. Drei. Nochmal zwei reinpacken. Zack, zack. So. Hier ist aber ein Neu-Kopper 1. Nein, 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 nein. Du nicht. Der kam hier. So. Komm mal her. Wie viele Schiffe er einfach hat. Alter Schwede. Jetzt müsste da eine Burg stehen. So. Komm mal her. Wie viele Schiffe er einfach hat. Alter Schwede. Jetzt müsste da eine Burg stehen. So. So. Wieder zurück zu den Mönchen. Die jetzt auch Gruppe 2 sind. Okay. Ich kann theoretisch noch ein bisschen was machen. Ups. Falsche Tasse. So. Ein paar Häuser bauen. Kannst du auch noch mal ein paar Häuser bauen? So. Ein paar Häuser bauen. Kannst du auch noch ein paar Häuser bauen? So. Achso. Wenn sie mir hier die Sch... Dinger kaputt machen. Na, na, na. Ich verstehe. Ah, ich baue schon neue. Da ist nur halb so wild. So. Neukämpfer hat er dann nicht mehr. Er ist down. So. Du kannst noch mal ein paar Häuser bauen. So. So. Was macht er jetzt? Jetzt hilft ihm das kaputt machen mit seinen blöden Schiffen. Auch nichts mehr. So. Gruppe 1 darüber. Mist. Sie haben es kaputt gemacht. Ich habe nicht drauf geachtet. Schade. Naja. So. Geht? Bei mir? Hier jetzt mal rein! Oh, bisschen. google. Wie Loge isto? Bei mir liegt neue Elektronik? So, ich habe eine Reliquie. Ich habe das. Ich brauche mal einen Markt. Irgendwer, wenn er nichts macht. Ja, natürlich. Das frage ich überhaupt. Was machst du da? Komm zurück. So. So, und einen Markt. Warum? Warum? Ihr habt doch... Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich bin in der nächsten Zeit. Wieso? Ah, jetzt kann ich mal zu weit weg sein. So, ich brauche mehr davon. Zurück. Die drei auch nochmal rüber. Mist. Ich bin hier da auch nochmal rüber. So, fängt ihm ab. Ey, er will ihn unbedingt töten, ne? Glaube ich ja langsam nicht mehr. So, da rüber. Geh da hin. So. Hier sei Gruppe 1. So. Hier noch irgendwas. Da ist noch Stein. Warum wird da nicht abgebaut? So, du gehst. Nein. Ja, ich weiß es sein. Ist vollkommen egal. Ist die Stadt, die wir aufgegeben haben. So. Wir haben das eingerissen und das eingerissen. Angeblich Steine. Und Holz. Keine Ahnung. Ne, Holz war es für die Schiffe. So. Irgendwas cooles, was ich forschen kann. Deswegen bräuchte ich eigentlich Makkarren für mehr Gold. Wenn ich nicht mehr Gold hätte, kann ich nochmal ein bisschen mehr machen. So. Was machen wir? Die baue ich nicht. Das hier ist wichtig. Das hier kann ich nochmal machen. Das hier auch. So, und eins geht da wieder rüber. Das, was ich gerade sehe. Angriff. Hier hat nichts mehr zu tun. Alles klar. Dann. Hier. Jetzt habt ihr was zu tun. Bau nochmal ein Haus. So. Wieder zurück. Das ist doch auch blöd, ey. Naja. Jetzt lassen sie sich ablenken. So. Die Forschung. Was sagt die? Kriege ich da noch eine Nachfolgerforschung, damit die nochmal stärker werden und krasser? Nein. Kavalier bleibt so. Mal Chevalier. Wie auch immer. Das hier vor. So. Die sind auf jeden Fall besser geworden. Schon mal Gutes. Wir wenden hier den Part und gucken mal, ob wir uns ein bisschen besser halten als beim letzten Mal. Ich denke schon. Aber ist doch nicht schwer, ne? Von den Schiffen haben wir uns so aufs Maul gekriegt, dass diesmal eigentlich nicht mehr so passieren sollte. So. Wir beenden aber hier den Part und gucken mal, wie es von jetzt mal weitergeht. Bis dahin dann. Ciao.